Ich bin zur Zeit im dritten Lehrjahr als Landschaftsgärtner EFZ. Diesen Beruf habe ich ausgewählt, den ich ihn schon sehr lange kenne und als kleiner Bub auch schon immer gern mit meinem Vater, der ebenfalls Landschaftsgärtner EFZ gelernt hat, immer gern mitgegangen bin. Regen, Kälte, Schnee und die körperliche Arbeit dürfen wir auf jeden Fall nicht scheuen. Wir schneiden Bäume, Sträucher, haben allgemein ein grosses Wissen an Pflanzen und der Verwendung. Wir kennen uns aus mit Bodenkunden, aber kennen uns auch aus mit Natursteinen wie auch Betonwaren. Er ist ein junger, motivierter Mann, der jeden Tag seine Motivation auch den Mitarbeitern zeigt. Und er hat wirklich von morgen früh bis zu ober spät ein Lachen im Gesicht. Und das schätzen alle Mitarbeiter und wir vom Bührer natürlich auch sehr. Am liebsten arbeite ich mit Natursteinen zusammen. Das heisst Platten legen, Mäuerchen bauen oder auch sogar Treppen. Auch mit Holz, wo wir ein Holzdeck machen, gefällt mir sehr. Es sind vor allem die verschiedenen Materialien, die mich beeindrucken. Ich habe das hardly mehr gemacht. Ich habe das auch mit Holz.